Vielleicht wurdest du schon einmal operiert und erinnerst dich daran, dass du rückwärts gezählt hast. 10, 9, 8 und dann bist du plötzlich aufgewacht. Die Operation war vorbei und du warst noch nicht einmal bei 5 angelangt. Hast du geschlafen? Nein, du warst unter Narkose. Das ist etwas komplizierter. Du warst nicht bei Bewusstsein, konntest dich auch nicht bewegen, Erinnerungen bilden oder hoffentlich keine Schmerzen fühlen. Ohne all diese Prozesse auf einmal zu blockieren, wären viele Operationen viel zu schmerzvoll. Alte Medizintexte aus Ägypten, Asien oder aus Nahost sprechen alle von den frühen Anfängen der Narkose mit Mitteln wie Schlafmohn, Allraunfrüchten und Alkohol. Heutzutage kombinieren Anästhesisten oft lokale, Überatmung oder intravenös verabreichte Betäubungsmittel, um die richtige Balance bei der Operation zu schaffen. Eine lokale Narkose verhindert, dass das Schmerzgefühl einer bestimmten Körperstelle zum Gehirn gelangt. Schmerz oder andere Nachrichten werden vom Nervensystem durch elektrische Impulse weitergegeben. Lokale Narkosen funktionieren, da ein Hindernis für die Impulse hergestellt wird. Die Narkose bindet sich an die Proteine der Zellmembran der Neuronen, die geladene Teilchen ein- und austreten lassen. Und so werden alle positiv geladenen Teilchen ausgeschlossen. Eine Verbindung, die das tut, ist Kokain, dessen schmerzstillende Wirkung durch Zufall entdeckt wurde, als ein Augenarztassistent etwas davon auf die Zunge bekam. Noch immer wird es gelegentlich als Narkosemittel benutzt. Aber viele der häufiger gebrauchten Narkosemittel für lokale Anästhesie haben eine ähnliche chemische Struktur und arbeiten ähnlich. Aber für die größeren Operationen, für die man bewusstlos sein muss, werden Stoffe verwendet, die das ganze Nervensystem beeinflussen. Auch das Gehirn. Dafür gibt es Narkosemittel, die inhaliert werden müssen. In der westlichen Medizin war Dimethyläther das am häufigsten gebrauchte Narkosemittel. Bekannt als Partydroge. Bis Ärzte herausfanden, dass die Leute unter dessen Einfluss keine Verletzungen bemerkten. In den 1840er Jahren begannen sie, Patienten beim Zahnziehen oder Operieren mit Äther ruhig zu stellen. Lachgas wurde in den folgenden Jahrzehnten beliebter und wird noch heute verwendet. Auch wenn Ätherabwandlungen wie Sevofluran öfter verwendet werden. Die Narkose durch Einatmen wird normalerweise durch intravenöse Narkose unterstützt, die in den 1870er Jahren entwickelt wurde. Gängige intravenöse Narkosemittel sind Beruhigungsmittel wie Propofol, das Ohnmacht hervorruft. Andere sind Opioide, wie Fentanyl, das Schmerzen verringert. Diese Vollnarkosemittel funktionieren ebenfalls durch Beeinträchtigung der elektrischen Signale des Nervensystems. Normalerweise sind die elektrischen Signale im Gehirn ein chaotisches Gewirr aus allen verschiedenen Hirnteilen, die miteinander kommunizieren. Diese Kommunikation hält dich wach und aufmerksam. Aber sobald jemand unter Narkose ist, werden diese Signale ruhiger und organisierter. Was nahelegt, dass sich die verschiedenen Gehirnregionen nicht mehr austauschen. Es gibt noch immer viel, über dessen Vorgänge wir wenig wissen. Einige gebräuchliche Narkosemittel knüpfen an die GABA-A-Rezeptoren der Gehirnneuronen an. Sie halten die Tore für negativ geladene Teilchen offen, die in die Zelle strömen. Eine negative Ladung bildet sich und wirkt wie ein Verschluss, der die Neuronen von der Weiterleitung elektronischer Signale abhält. Das Nervensystem hat viele dieser Kanäle, die die Bewegung, das Gedächtnis und das Bewusstsein kontrollieren. Die meisten Narkosemittel wirken auf viel mehr als nur das Nervensystem. Viele Narkosemittel beeinträchtigen auch das Herz, die Lunge und andere Organe. Wie auch in der frühen Anästhesie, die bekannte Gifte wie Schierling oder Eisenhut verwendete, haben moderne Drogen ernstzunehmende Nebeneffekte. Daher muss der Anästhesist die exakte Drogenmixtur herstellen, um alle Eigenschaften einer Narkose zu erwirken, während er auch die Lebenszeichen des Patienten beobachtet und die Drogenmixtur je nach Gebrauch verändert. Eine Narkose ist kompliziert, aber durch das Herausfinden, wie sie funktioniert, konnten neue und bessere Techniken entwickelt werden. Chirurgen konnten lernen, wie man Kaiserschnitte routinemäßig und sicher durchführt, verstopfte Arterien öffnet, eine beschädigte Leber oder Niere austauscht und viele andere lebensrettende Operationen durchführt. Jedes Jahr werden neue Narkosetechniken entwickelt, die sicherstellen, dass immer mehr Patienten keine Angst mehr vor Operationen haben.